So, Video-Tour-Tagebuch, Tag Nummer, was haben wir? Drei Satz. Drei. Drei, ne? Der Bus steht, der Hänger ist überladen, der Backliner ist fett, der Schlagzeuger ist blau, der Mercher ist müde. Na ja, gar nicht. Aber es gibt einen unter uns. Der ist gerade Deutscher Meister geworden. Oh, ich bin fit. Und du gehst, ey, du gehst jetzt echt nicht joggen, oder was, ne? Ja, klar geh ich nicht joggen, das Leben. Ja, ich komm bis gemüt. Du hast gesagt, also, wir sollen auf der Tour fit sein, wir sollen alles geben. Ja. Rock'n'Roll ist abends, morgens ist aber fit halten, gesund sein. Ja. Wellness. Alles klar. Sich pflegen auch. Pflegen, hast du dich gepflegt heute? Ja, sicher. Hast du was unter der Achseln geschmiert? Ne, noch nicht. Hast du nicht? Ne, hab ich nicht. Oh, ich kann nicht mehr. Hab ich eine Raseline vielleicht. Ich kann nicht mehr. Kannst du nicht mehr? Säbel, du musst, lass da mit dem Rauchen sein. Ja, ich kann nicht mehr, ich geh zurück. Ich hab eine Kräuterzigange. Geh du weiter. Ich drehe noch ein paar Runden, ne? Wie VW. Der geht jetzt echt hier joggen. Guck mal, hier regnet es rein. Hier sind nur Beschmierte unterwegs. Aber Leute, gestern war eine geile Show, das wollte ich noch sagen. Bis jetzt die beste. Boah, das sieht das trist hier aus. Das ist Heimat, fast. Super war es gestern. Ich drehe da jetzt mal um. Super war es gestern in Aschhafenburg. Ich hab den Bus diesmal nicht verpasst. Bin mit reingekommen. Und Sound war geil. Die Leute waren geil drauf. Erster Tag Köln war natürlich immer ein bisschen... Erster Tag ist immer schwierig. Zweiter Tag war schon viel, viel besser. Ich freu mich total auf heute. Das wird gut. Bis später.